Die legendärsten Traktoren der 80er und 90er Jahre in einem Filmprojekt. Im Rahmen dieser unabhängigen Produktion haben wir Youngtimer-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht und einzigartige Motive und die Geschichten dahinter zusammengetragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Erlebe mehr als 50 Kult-Traktoren 20 verschiedener Hersteller im Feldeinsatz. Erfahre mehr über die besten Schlepper der damaligen Zeit und tauche ein in eines der spannendsten Kapitel der Traktorenentwicklung. Youngtimer Traktoren XXL hat 210 Spielminuten und ist ab sofort als DVD-Box sowie als 4K-Videostream erhältlich. Das war es für zu Jahrhundert. Es gibt die Begegnung des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF. Weiter geht's, ey, wir vertreiben. Die Begegnung des ZDF für Manifest ist ein Jahrhundert. Wir werden die Begegnung des ZDF für einen Planeten, die Begegnung des ZDF für einen классischen Samplätzen und der Seite über die Sä贈engung des ZDF für einen Leistungsmodellen. Untertitelung des ZDF, 2020